transformieren das ist das hier nein zählte mich auch mal so schaue ich aus also nicht erschrecken video konfigurieren das ist das hier nein das ist nur die helligkeit deaktivieren wenn keine nicht angezeigt wird es ein bisschen bei mir ist ein bisschen ungleichmäßiges licht sehe ich gerade ach ich lasse es einfach so ist ja wurscht mal schauen vertikal spiegeln nein falsch rum auf dem kopf stehen hat auch was für sich lassen wir es einfach mal so und dann könnt ihr mich ein bisschen sehen sieht sogar noch ein bisschen was damit das muss aber hier auch noch mal mal welche war das hier noch mal parla muss jetzt auch höher das muss nämlich hier auch noch überlagern ja das passt mir trotzdem noch nicht das einfach nicht so wie ich das haben möchte gibt mir noch einen moment zeit ich hätte das bild gerne transformieren soll doch transformieren oder skalierung filter kann ich bei der füge war hilfe nein da natürlich nicht ich möchte das bild eigentlich nur etwas kleiner ziehen ja so passt mir das eigentlich ganz gut ok so was hier vor mir darum stehen seht ist mein mikrofon das brauche ich nur wieder meine kopfhörer da kommt der jungs diese aufnahme wird allerdings so nicht auf youtube auftauchen weil ich das da auf youtube nicht möchte zumindest nicht als aufnahme also meine kopfhörer haben sie das irgendwie im kabel fördert so ja ja ich weiß schon geht zu also ich drehe mich noch vielleicht mache ich die kamera auch einfach hier hin muss ich nur ein bisschen redesignen weil das ist ein anderer monitor sonst passt das alles nicht es wird immer schlimmer ich wollte mich eigentlich mehr so mittig haben es ist ein echtes problem wenn man verschiedene monitore hat ich glaube so geht so kann man es lassen so interessanterweise das jetzt in der ganzen zeit wo ich hier rumfummeln andere hardware anschließend und so weiter ob es nicht abstürzen vor ein bisschen spiel und ob es schmiert permanent ab von der frame rate müsste es eigentlich in ordnung sein das ist eine 1080p cam von logitech auch wieder und sollte soweit in ordnung gehen mit der frame rate ist für mich etwas ungewohnt jetzt hier mit camp zu spielen wenn euch das so gefällt sagt mir bescheid wenn ich euch zu gruselig aussehe dann sagt mir auch bescheid dann mache ich es wieder weg diese auch bald durch und die auch sich da wenigstens was getan sieht doch soweit hier schon nicht aus also jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte ich wollte mir eine neue schere schustern dazu bräuchte drei eisen und jetzt muss ich wieder die warst du noch mal nein so ich kann mir nichts merken das ist echt schlimm und warum habe ich jetzt hier kein interface also hier müsste so interface mäßig was geboten sollen anderes gewöhnt jetzt ist die frage gut für mich oder schlecht für mich warum habe ich kein ach man blödsinn ich habe doch jetzt eigentlich hierbei nichts verstellt warum ist mein subset weg kannst du mir kann mir das mal kurz jemand erklären warum das jetzt hier weg ist was ich hier muss jetzt habe kannst du mir kann mir das mal kurz jemand erklären warum das jetzt hier weg ist was ich hier muss jetzt habe ich lasse nochmal jetzt habe ich mir ein bier geholt aber ich habe es nicht aufgemacht moment ich brauche kurz ein feuerzeug also jungs ich weiß nicht woher kommt ich bin aus dem fränkischen raum und ich denke jetzt in zwendorfer ich drücke 0 ich drücke 0 ich drücke 0 ich drücke 0 ach ja ist entschuldigung seit für mich irgendwie wegen groß wie 0 aus das habe ich immer noch nicht getrunken also wie gesagt brust viel besser was wollte ich jetzt also schere wollen sie denn es ist es ist es 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 Okay. ja brust ja hatte ich doch das war nur zwei dann kann es ja nicht klappen dachte es waren drei wo wir es läuft immer noch ich kenne green screening scheucht euch den nackten arsch hier an ich glaube ich habe ein paar zu viele schafe herum stehen irgendwie okay Wie schnell das Zeug bei manchen Schafen nachwächst. Sie fressen einmal da kurz ins Gras rein und dann sind sie wieder farbig. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht den Schafen noch so ein kleines Dach irgendwie baue. Was haltet ihr von der Idee? Na, lass mich raus. Hey, raus habe ich gesagt. Mal eine andere Frage an euch. Warum laufe ich jetzt hier hoch? Hat jemand eine Idee? Man kann ja irgendwie, ich weiß allerdings nicht wie und das ist mein Problem, bei Twitch sagen, okay, ich mache jetzt hier sozusagen, wie ist das? Gaming Talkshows. Glaube ich heißt das. Schreibt mal dann einfach da Gaming Talkshows rein oder... Das kenne ich, Dumpfi. Dumpfi, Dumpfi, Dumpfi. Nein, wer ist Dumpfi? Autsch, meine armen Knochen. Also wenn ich ein Dach mache, dann dachte ich irgendwo hier hinten. So, in dem Bereich hier. Wenn es hier nicht das blöde Schaf im Weg stehen würde. Kronx Lieblings Schaf, aha, nö, kenne ich nicht. Aber warum sollte ich auch Kronx Schafe kennen, also... Okay. Wie gesagt, wusste ich nicht und wollte mich da einfach mal schlau machen. Meinte, das wäre vielleicht eine Idee, wenn ich das mal ausprobieren würde. Einfach auch mal Gaming Talkshow reinschreiben, weil die meiste Zeit ist es ja so, dass wir eigentlich hier am... ein paar Labern sind. Und würde es sich doch in dem Fall dann auch einfach anbieten, oder? Also wir haben jetzt hier schon mal ein paar Stützpfeiler gezogen. Mit was wollen wir die verkleiden, die Stützpfeiler? Wollen wir die mit... Mit Holz verkleiden, oder... Oh, es ist verkleiden, ein Dach draufzumachen. Wollen wir das mit Holz machen, oder soll ich das mit... Ah, mich juckt es im Gesicht heute. Oder soll ich das mit... Mit Holz machen, oder mit... Ja, ist der Kram nochmal, den ich so... schlecht verlegen kann. Oh, bam, bam, bam. Wo ich... Aha. Na, wenn man dann aus... Ne, wobei, ist eigentlich... Eigentlich ist es ja wurscht, weil... Ich glaube, man hätte mehr Zuschauer im Bereich, wenn man das als Gaming-Talkshow abmacht. Als wenn man rein, glaube ich, im... Als wenn man rein, äh, dings macht, so rein Minecraft, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, weil das sind ja die meisten Leute eigentlich um die Zeit im Bett. Wenn dann mal die Leute da sind, dann sind das meistens... Ja, Ausnahmen... Ja, Ausnahmen... So wie wir drei hier. So, ich brauche mir noch ein bisschen Erde. Ja, aber Karten, das nehme ich mir jetzt nur ein paar mit, und zwar für die Ecken. Weil alles andere kann ich mit normalem Ding auslegen. Ne, kann ich nicht, verdammt. Moment, hier stimmt doch was nicht. Warum ist bei mir 0 nicht... Jetzt hat... Jetzt wollte ich gerade schon sagen, warum ist bei mir 0 nicht mehr ducken, dabei hatte ich Numlock an... Äh, aus... Das wird jetzt wieder ein teurer Spaß. Na, zum Glück. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Zum Glück bauen ja die Nachbarn drüben noch Weizen an. Da würde ich alles rausnehmen hier. Dann... 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 Gehst du da rein? Läufts noch? Ja. Okay. 9... Es gibt genau noch 1 Ballen. so haben wir mal 43 beiden könnte knapp werden wir brauchen eine handvoll 13 stück sind jetzt nicht so viele dann müssen wir uns glaube ich noch ein paar zum mann nee warte mal das war irgendwie anders sticks habe ich zum glück ein paar gemacht naja so viele wollte ich jetzt zwar nicht aber okay karten da habe ich dabei aber er habe ich nicht genug dabei habe ich gesehen weil nun doch nicht an war habe ich nur einzelne rausgenommen anstatt ein ganzes deck also wieder zurück und holen uns ein ganzes deck erde baumaterial als best braucht immer und dann brauchen wir mal dem hinteren bereich ein kleines dach wir setzen das nein das war schon mal der falsche anfang weil wir nicht die erde auf tasche haben er runter ja die stören ist natürlich da ein bisschen und sie werden wir ein paar raushüpfen aber das ist nicht schlimm ich habe so viel davon und alle die raushüpfen sind das todes so du noch fragen meiste schaffe habe ich nämlich sowieso genug von daher war ja klar das andere setzt man von draußen an hoops nee ist eins zu früh Das war's. Das muss man von der Seite ansetzen. Das muss man von der Seite ansetzen. Das muss man von der Seite ansetzen. Das kann so nicht klappen. Das wäre eine nach innen gerichtete Kurve. Das muss man von der Seite ansetzen. 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 das jetzt schon wieder das schiffen anfang hier da fehlt hier ein block er war ja klar so also noch mal warum ich verstehe es nicht geht doch aber warum springe ich immer ausgerechnet hier rum das verstehe ich auch nicht da gibt es doch gar nichts besonderes ach so das ist ein baum so 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 so